Willkommen zurück bei Final Fantasy 10. Oh, da hinten liegt wieder ein Blitzball rum. Hey was soll das? Das war mein Ball. Der ist aber ganz schön weit geflogen. Du hast was drauf. Ja. Ich bin der Champion des letzten Blitzballturniers. Oh, wie hießen die kleinen Feuerkugeln nochmal? Scheiße, im Hinterhalt. Oh oh. Nochmal? Verarschen, wieso dürfen die denn alle zweimal? Waka ist back on the field. Alright, you ask for it. Scheiße. Dumm. Bomber, genau. Hau den weg. Ich glaube Bomber hält eine Menge aus. Oh ja, da wird ja immer größer und explodiert dann irgendwann. Muss unbedingt mit Lulu angreifen. Noch größer. Oh. Das Team ist weg. Gott sei Dank. Back in the fray. See ya. Nice. Huh. 106. Krass. Roter Reif. Blitzbomber. Roter Reif. Ja. Blitze 50%. So ist auch ein Stromschlag. Auch nicht schlecht. So. Einmal alle vollgeheilt. Weiter geht's. Ah, das ist schön gemacht. Wie die Kamera so mitschwingt, das gefällt mir. Ist zwar sehr schlauchig gehalten bisher das Level. Oder das Spiel an sich öffnet sich später noch ein bisschen. So, Tidus. Da kommt der haut ja auch einmal drauf. Ah, war mir fast klar. Na ja, einfach mal drauf hauen wegen der EP. Sehr gut. Macht's mir keinen Schaden. Du warst schon. Kimari noch. Und dann Lulu. Falls der das nicht schon kaputt macht. Nee. So. Und das Spiel mit dem Feuer. Ja. Na ist doch schön. Haben sie alle wieder ein paar Level. Müssen wir bald mal wieder aufs Ferobrett schauen. Ich würde hier erstmal zu Ende durchgehen. Dass wir irgendwo wieder speichern können. Oh, da hinten entsteht eine Hütte, oder? Oder ist das eine Brücke? Kann ich gar nicht entziffern. Oh, scheiße. Okay. Ey, Leute. Kommt schon. Wir müssen hier abhauen. Wenigstens einer. Mir egal. Och, komm. Weg. Kommt schon. Auren hat noch am meisten Lebenspunkte. Ach, Gott sei Dank. Das haut endlich ab. Vergiss es. In der Kombination lege ich mich nicht an. Noch nicht. Na. Ach, Valtaris noch tot? Nö, oder? Also nach dem Übungskampf von letztens ist er noch tot. Verdammt. So. Vielleicht hält Ifrit ein bisschen mehr aus. Be strong. Ja, genau. Okay, wenn er nochmal normalen Angriff macht, könnten wir die Ekstaseleiste von Ifrit noch vollkriegen. Und dann ergreift er jetzt wieder zweimal an. Dann war es das. So. Scheiße, ey. Haut der unseren Ifrit kaputt. So. Nach der Attacke müsste der eigentlich pulverisiert sein, der Gegner. Aber er frisst wahrscheinlich bis 200-300 Schaden. Bitte mehr. Bitte mehr. 1178. Okay. Scheiße, Ifrit ist tot. Der hat aber nicht mehr viel. Fuck, Ifrit. Sorry. Ich hole dich wieder zurück. Später. Hm. Ifrit. Haurang. Der haut gut rein. Er hat nur noch 453. 80. Nice. Huh. Geht doch. Hat gar nicht so viel gebracht. 82. Oh. Primitivschlag. Juhu. Ja komm. Du einmal. Da. Jetzt pennt die auch noch. Gut. 2000 Gil. Das war aber großzügig. Ach so ein Kamm ist das, der da hinten steht. Sehr gut, Luna. Lulu, Luna. Wie komme ich denn auf Luna? Ich bin Luna und Lulu gekreuzt. Luna. Na, hast du auf? So, Kumpel. Da kann auch mal wieder dran kommen. Hat sogar gereicht. Hehehe. Juhu. Don't get too cocky. Hehehe. 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 Endlich. Hehehe. Ah, okay. Ah, das blöde Vieh. Kurz im Prozess. So, dann schauen wir doch noch mal aufs Sphärobrett. Wir fangen aber mit Tidus an. Ich wollte mit dem, scheiße, wo wollte ich mit dem hingehen? Ja, schon eher hier rüber, oder? Wo kommt man denn da drüben hin? Warte mal, was lernt der hier? Zeithieb. Das ist doch nicht so geil. Ah, verdammt. Weiß es nicht. Doch hier rüber. Ich denke, er hat immer Treffer ist er für Wacker, oder? Moment. Ja, Treffer hat er auch. Der hat 11. Wacker 27. Wir machen erst mal mit Wacker weiter. So. Stummib. Genau, Treffer noch mal plus 2. Oh, da ist ein HP Feld. Sehr gut. Magie um 2, das braucht er ja nicht. Anpeilen wird er lernt. Geschick. HP. Das ist eher alles so durcheinandergewürfelt hier. Schlafhieb. Trefferabwehrkraft. Ich lerne das jetzt mal. Ich weiß gerade nicht, was das macht. Ja, ja, ok. So, geschickt nochmal um zwei. Kimari, was machen wir mit dir? Wunderhieb. Das ist mal ne ganze Weile nichts hier unten. Was mache ich denn mit dem hier? Scheiße. Doch eher hier hoch würde ich sagen. Oh, das ist kompliziert. Okay. 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 Wo bekommt man die Level 1 Dinge? Okay, jetzt mal mit dem zurück. Okay. 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 Was kriege ich mit dem jetzt da rüber. Hat er halt mal 400 HP gekriegt, ist ja auch nicht verkehrt. Bodyguard wird er lernen. Ich mach das mal, ich weiß gerade auch nicht aus dem Kopf, was das macht. So, Yuna, meine Gute. X voll, X plus, X was? Bewegen wir jetzt erstmal ein bisschen. Zurück können wir immer wieder, das wäre das Gute. Da kostet es nicht so viele Punkte, wir werden später eh noch genügend Punkte bekommen. Also Sphérolevel, keine Sphérolevel. So, Lulu. Da unten muss er hin, zum Feurer und so weiter. Jo, Reflex, machen wir. Abwehrkraft auch gut. Ah, okay. Genau, MP und das da oben drüber noch. Zauberbär. Magie nochmal, Zauberbär nochmal, vielleicht nehmen wir das da drüben noch mit. Halt, warte mal, haben wir nicht noch einen? Ne. Tidus, ach, ich weiß es nicht. Scheiße. Machen wir das mal so. Zauberbär ist ja vielleicht trotzdem nicht verkehrt, ne? So, das kann man ja ruhig mal mitnehmen. Ich erlern jetzt mal den Zeithieb für ihn. Kann ich mich noch hier hoch? Ja. Okay, dann gehen wir da oben dann lang. Genau, Abwehrkraft auch gut. So, gut. Jetzt haben wir es erstmal. Können wir nochmal vollheilen, da haben doch einige ein paar mehr Lebenspunkte bekommen. So, weiter geht's. Ein reisender Händler? No problem. Oh, fuck. Kein Bock, mich mit dem Großen anzulegen. Ja. Ach, scheiße, hätte ich mit Tidus nicht und Tschüss machen können. Das sind einfach alle abhauen. So, was haben wir denn hier? Ja. Hey, wir sehen uns das Spiel. Ihr seid toll. Congratulations, Waka. Hey, stop loafing around. Uh, 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 the Lady Summoner and her Guardians. This mission requires our full attention. We've no time to waste. We've no time to waste. Understood? Yes, ma'am. Apologies, ma'am. Carry on. See, keep your head down, say sir a lot and you'll do fine. Right, sir. Hey, Yuna. Even though Yevon rejected us, we still believe in you. That won't ever change. Thank you, Sir Luzu, Sir Gata. But, you know, it's not too late for you to go back to Bethsaida and... We should be going, sir. Oh, okay. Halt, Auron hatte gerade ganz schön was abbekommen. Oh, ne Kiste. Und ein Kampf. Ein Hinterhalt. Oh, shit. Doch, Gott sei Dank. We'll defeat Sin any way we can. But Yevon's teachings say... Enough. I... I only meant to... Are you all right? Lady Summoner? Yes. I am Yuna. It is an honor, my lady. My name is Shalinda. I am a disciple of Yevon. What was all that about? The Crusaders' operation? Huh. You mean the one Gata and Luzu were talking about? Hmm. I heard they were to use forbidden makina. I had to stop them. Huh? Why? The use of makina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But you don't understand. The Crusaders won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Huh? Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes, yes, you're right, my lady. Absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now I feel I have the courage to finish my training. Von, ist das hier echt eine gefährliche Ecke, ne? Wir könnten ewig nicht speichern. Kiste, Kiste, Kiste. Jawohl. Dreimal Augentropfen. Wunderbar, weiter geht's. Ah, ein Dörfchen. We rest here. But this isn't our bed shop. Huh. Is that a problem? They, they don't believe in Yevon. And in Luka, they, they kidnapped Yuna. Where were her guardians? Oh. Sir Orin's just concerned about your health. I'm not tired one bit. Well, I am. As if I could sleep. Ihr habt doch schon ein Zimmer. Ich wollte aber hier... Ja, ich hab schon ein Zimmer. Willkommen. Dies ist der Laden des Reisebedarfs. Ausrüstung ansehen. Was gibt's denn hier schönes? Ein Kampfschwert. Angriff 3%. Ne. Schwerer Stab. Haben wir alle schon. Fata Morgana. Das ist was für Auron. Ein Perlenschild. Perlenband. Nehmen wir das auch mal mit Zauberwehr 3%. Warum nicht? Geld ist ja genügend da. So, was habt ihr denn hier für Items? Handgranaten. 300. Ah, ne Weltkarte. Juhu. Oh, jetzt hab ich 2 in Besitz. Ach, ich bin dumm. Wer hat denn ja schon eine? Haha. Wie blöde. So, warte mal. Verkaufe ich direkt mal wieder eine. Das kostet so ein Wunderspheroid. Ein Geld bloß. Zeit? Auch? Kraft? Auch? Aber nicht ja bestimmt. Auch bloß eins. Steht ja rechts daneben, ne? Ne. Steht nicht rechts. Jetzt ist es bloß die Anzahl, die ich hab. Schöne Musik. So. Speichern wir aber erstmal wieder ins Blitzballstadion. Könnten wir auch mal demnächst hinschauen. So. Und dann war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wösch euch noch einen schönen Tag und haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao.